What it really means to live like golden It won't go then, baby, it won't go then Hey Leute was geht, Wadatan ist wieder am Start Und ja wieder ein World War 2 Gameplay Das Spiel Du lügst Warum lüge ich? Ist das kein World War 2? Nee Sondern? World War 3 Nee Scheiße, Alter Warum steht dann überall, dass es World War 2 ist? Weil das eine Tarnung ist, von dem Spiel selber Fuck Was ist denn das? Ich hab ne Waffe ausgewählt, aber ich spawn nicht, hallo Höh? Kannst du spawn... Jetzt bin ich gespawnt, Alter, was war'n das? Oh, halt die Schnauze, geh mir nicht auf die Eier Ich hab' dir grad'n Arsch gerettet, weil du im Gegner vorbeigerannt bist Cool, danke Bitte, ich hätt' dich besser sterben lassen sollen Aua Warum meinst du rassistisch? Warum rassistisch? Das ist nicht rassistisch Klar ist das rassistisch Rassistisch What the fuck Ist nicht rassistisch? Nö Ist du sicher? Jo Ganz sicher? Nee Boah, du kleine Hurensohn Junge Digga, wo kommt denn die Granate her? Ich raste aus Raste mal aus? Nö Das kommt, glaub ich, jetzt gar nicht so geil, Alter Oh Oh Gott, hätt' ich dich bekommen, du wärst das kleine, räudige Kind unter meiner Fußsohle Mann, halt doch die Fresse ja nicht Junge, was laberst du eigentlich? Weiß ich nicht Wie hesslich muss man sein So hässlich, dass der Spiegel zerbricht Glaub ich dir Glaub ich dir sogar aufs Wort, Alter Immerhin sind wir uns da schon mal einig Alter, nee Er sucht bestimmt wieder mein Arschloch, Digga Äh, immer, oder nicht? Naja, das ist das Problem Oh Digga, oh Digga, oh Digga, ich muss weg hier Oh Digga, oh Digga, oh Digga Digga, das hat sich genau so angehört, bist du schwul? Nein Aber ich hab den Nein, du Hurensohn Renn doch bitte nicht mit Geist rum Doch, mach weiter Nee, ist fucked up Digga, was willst du machen, Alter Die 28, die fick dich einfach Spielst du auf L1 R1 eigentlich? Ja Mach ich jetzt auch mal Finde ich besser, ist irgendwie von der Reaktionszeit schneller, finde ich, du hast einen kürzeren Weg halt, bis die Taste reagiert Hä, aber ich hab Triggerstops am Controller Na dann ist es scheißegal Boah, ich bin die 5 zu 6 richtig belastend Du bist belastend Ich weiß Finde ich nur skipps das zu Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, Yannick Ja Nein Oh Mann, das wär so schön geworden, hätte ich den noch geholt Ja, das mit dem L2 R2 bringt mir halt viel mehr Weil da halt die Triggerstops dran sind Und ich hab auch viel besseres Aim damit Feindliche Vorräte entdeckt Was hat das mit deinem Aim zu tun, mit welchen Knöpfen du schießt? Hm, der Weg mit den Fingern Wie ich den Controller halte, weil mein Controller ist ja ein bisschen größer So, okay Ja, deswegen Okay Maaan Du wo Wie sehe ich ihn aus bei dir warte Du sponsorst Wie sehe ich ihn aus bei dir rot? Nee Hä? Wie dann? Grau Grau Ja, so grau Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich Alter Das fack dir mal mega aus Mein Score fackt mich mega ab, jo Meiner fackt mich auch ab Guck Warum? Vielleicht 10 zu 12 stehen, du Spaß? Geht doch voll klar Bist du irgendwie dumm? Ja Das fragst du mich noch, ob ich dumm bin, Digga? Das ist mittlerweile selbstverständlich, oder? Feindliche Bombe im Anflug! In Deckung! Stimmt Also, ja, ne, die trifft eh mich Okay, doch nicht Dankeschön Guck Dieser Glen, alter Er ist ja nicht mal guuuut Boah, ich will ja schocken Boom Oh mein Gott Nein! Oh, ich hab's überlebt Hochrangiges Ziel Das ist ne neue Medaille Muss ich gleich mal gucken, was das für ne Medaille ist Ist es der, der am höchsten ist? Oder Königstöter? Ne, Königstöter ist der, der als erstes steht Unser teammate ist gar nicht so schlecht Alter, ich rassier die Gegner mit Rassierschaum Ne, Spaß, ich rassier die grad mit Sniper Der hat schon wieder Der hat schon wieder alles kaputt gemacht, dieser Satz Warum? Eigentlich hab ich schon wieder Bock, das Spiel zu beenden, alter Warum? Digga, weil der Satz einfach keinen Sinn ergibt Grammatisch und vom Sinn Doch, rassierst du dich ohne Rassierschaum Nein, Spaß Genau deswegen, ja Man sagt doch, äh Ich rassier die gegen den Strich Oder ich rassier die gegen mit Shampoo oder so Sowas sagen die doch, aber mit Rassierschaum ist doch normal Ja, ich weiß Du dumm im Kopf Ja, dann ist das nichts besonderes zu Spaß Du hast dich damit selber beleidigt Wahrscheinlich hab ich mich deswegen beleidigt, alter, läuft Du hast dich beleidigt Mein Leben ist ne Beleidigung an sich, alter Ja, das wissen wir alle, aber wie gesagt er ist Das Ist jetzt komm, es gibt bestimmt wieder irgendwelche Leute, die es einfach absolut ernst nehmen, alter Warum hast du mal so kaputt, alter Ne, oh digger, 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 digger Boop Den auch noch? Hehehe, jaaa Boop Keine Ahnung, aber digger, ich geh mit Sniper irgendwie voll steil Egal Leute, das war's Ich steil geh mit meinem Schwanz Oh, der ist noch auf der Aufnahme Okay, ähm, ja, spend das jetzt einfach mal unkommentiert, ciao Ja 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 Vielen Dank.